Wie fühlst du dich jetzt? Ich hab keine Angst mehr vor dem Matschmann! Wuhu! Super! Also dann Leute, danke schön und gute Nacht! Hey! Ich dachte der Matschmann macht dir keine Angst mehr! Stimmt auch! Und was ist dann? Ich hab totale Angst vor Brian Phillips! Dem Schauspieler? Wirklich? Der sieht normal aus, aber er verwandelt sich in Monster. Die sind noch schlimmer als der Matschmann! Wer weiß, wer da wirklich drin steckt? Das weiß niemand! Hörst du das auch? Der Monsterschauspieler Brian Phillips will mich schnappen! Rent um euer Leben! Da kommt Brian Phillips! Ah, da ist ja mein ausgeschlafener Junge! Okay Kinder, jetzt passt mal auf! Eure Mom kommt heute Abend spät zurück. Also ist heute die letzte Gelegenheit, um abends zu frühstücken. Dad, du bist hier der Einzige, der das macht! Ich mach das auch! Ugh! Mom! Ich muss Peter dazu bringen, dass er heute Abend wieder schlafen kann! Sonst lässt er mich nie wieder einen Superheldenfilm gucken! Nie wieder! Hey! Du bist wohl ziemlich müde, Angela! Stimmt! Du bist so müde, dass du dein Frühstück sprechen hörst! Sprecht ihr denn gar nicht? Nein, diese Unterhaltung denkt sich dein völlig übermütetes Gehirn nur aus, Junge! Verstehe! Wisst ihr, wie ich Peter zum Schlafen bringe? Hau ihm das Stift hier auf die Rühre! Ja, voll auf die Löffel! Sei doch kein Angsthase! Ja! Ah! Ihr seid total bescheuert! Hey! Aber wir sprechen nicht mit unserem Frühstück! Angelo? Stimmt irgendwas nicht? Ja! Ich muss in die Schule! Ähm, es ist Samstag! Dankeschön! Angelo, wieso lässt du mein Baby so einen Film gucken? Der Matschmann ist gar kein Monster! Du bist hier das Monster! Nein! Angelo, du darfst nicht schlafen! Ich hab immer noch Albträume! Du musst schlafen! Wer weiß, wer da wirklich drinsteckt! Jeder kann in deinem Kostüm stecken! Jeder! Wer weiß, wer sich alles als Matschmann verkleidet! Das könnte sogar ich! Diese Familie ist total schräg! Sherwood, hol deine Videokamera! Lola, besorg Matsch! Und zwar viel! Wir drehen einen Film! Hey Kumpel! Wollen wir uns einen Film ansehen? Okay! Welchen denn? Matschmann 2! Ist ganz neu! Äh, ich weiß nicht so genau! Glaubst du, den sollte ich sehen? Aber klar! Oh nein! Da ist der Matschmann! Allerdings! Ich bin der Matschmann! Oh nein! Nicht den, was er schlaut! Der Matschmann löst sich auf! Nein! Das gibt's auch nicht! Das war wirklich toll! Oh, oh! Lachen macht müde! Total müde! Oh, oh! Wie läuft's am 있으 ennend! Ich mag mich mir Spaß! Hídholt! Hídholt! ��! Hídholt! Iieß ein beliebt! Hídholt! Ich schlägt mit alltösterreichischen Sie souven달� 68 qué craint Private Sberries